So, läuft das jetzt hier da schon? Ich glaube, das läuft, oder? Diesmal haben wir richtig geklickt. Ich habe meine Brille auf dem Sehnex hier. Doch, sieben Sekunden laufen schon, super. Also, einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen von den Aussätzen. Das ist jetzt nur in der falschen Reihenfolge. Ja, aber es kommt darauf an, wann du anfängst und wann du aufhörst. Ja, weil es aber eigentlich ein Zitat ist aus dem Film. Echt? Aus welchem? Wie heißt der denn nochmal? Der Typ, der da eingesperrt ist in die Welt, in der Künstlichen. Keine Ahnung. Wo alle Leute schon seine Geburt miterlebt haben und alle Leute, die da leben. Robin Hood? Nein, wo die Lampe runterfällt irgendwann. Genau. Fällt direkt vor seine Füße und dann rafft er, dass er die ganze Zeit gefilmt wird. War doch mit dem, wie hieß der mit der großen Klappe? Jim Carrey? Ja, ja, genau. Genau, richtig. Genau. Wie hieß denn das Ding nochmal? Na komm, komm, lass raus, Aussätzige. Na, weißt du immer noch nicht. Tust du, als wenn du es wüsstest, knipst du hier da rum und dann weißt du es doch nicht. Seniler Gedächtnisverlust. Ich glaube, zu dem Thema wolltest du noch irgendwas sagen, oder? Über Senilität, ja, ja. Also erstmal ein Wunderschön, weil wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir sind. Die aussätzigen Zauberer sind wieder hier, diesmal rund um Datenschutz. Nee, diesmal eben nicht rund um Datenschutz, aber ich will mit etwas ganz anderem anfangen. Wer spricht da überhaupt? Ja, hier ist Backup, Admin und Root. Okay. Ja, vielleicht mal. Ja, hallo, hallo, Backup. Nee, doch. Nee, du warst Admin, ne? Ja. Okay, ja, mit den Namensschildern, das klappt wieder nicht. Aber nee, lassen wir das mal beiseite. Also wir waren vor kurzem auf einer schönen Veranstaltung, da kommen wir dann gleich zu. Das wird unser Hauptthema sein heute. Wir waren leider nicht alle aussätzigen Zauberer da, sondern nur zwei von dreien, die so... Von fünfen? Von fünfen, naja, von dreien, die ganz regelmäßig was machen. Regelmäßig? Wüsste ich. Ja, also regelmäßig schon, weil es ist eine Regel und es ist mäßig. Stimmt. Du hast recht. Also ganz grob, wollte ich mal was loswerden, weil da sind wir gerade mit beschäftigt. Wir hatten ja eine Folge gemacht, die mittlerweile auch schon draußen ist. Dass die aussätzigen alten Zauberer, die sich um alte Technik mal bemüht haben, also das war so Anfang des Jahres, wo wir das aufgenommen haben, zu dem Thema TTL-Computer. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach, was ist eigentlich unser Traum, 8-Bit-Rechner. Und da sind wir jetzt auch mal wieder fündig geworden. Aber ich wollte noch mal was loswerden. Was mir so aufgefallen ist, bei mir zumindest in der ganzen Diskussion, um was für einen nächsten Rechner kaufen wir uns dann zum Selberlöten, dass man sehr, sehr schnell in diese alte Zeit wieder sich versetzen lässt und dass das auch alles wieder so hochkommt. Also ich bin jetzt kurz davor zu überlegen, mir doch noch mal einen Amiga zu kaufen, der funktioniert, den ich noch mal aufsetzen kann. Oder von mir aus auch noch mal ein C64 oder so irgendwie, um da noch mal so die alte Zeit wieder zu erleben. Hochkommt kann man jetzt in zwei Richtungen verstehen. Einmal, dir kommt es hoch, weil dir schlecht wird. Nein, hochkommt die Klinik von ich muss es tun. Genau. Ich will haben. Du willst es haben und du erinnerst dich gern und das war eine Hochzeit. Ja, war eine Hochzeit. Da war ich geistig noch bei der Sache. Das ist ja jetzt schwierig. Haben wir ja eben schon gehört. Na hier, der Backup, der sitzt da und... Ja, ich meine... Backupt. Ja, ja. Ich hätte ein Backup brauchen können, weil du vielleicht auch, weil... Was war nochmal das Zitat aus der Truman Show? Truman Show. Truman Show. Das ist ein Alter. Das Zitat. Das macht er extra. Das macht er extra. Der kehrt das nicht so raus, um uns gute Gefühle zu... Weißt du, womit er jetzt sagen könnte? Ich mach das ja nur damit... Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Ach, genau, ja. Ah, so rum war es, ja, genau. Wisst ihr mal? Er erinnert sich an sowas. Ich hab den Film, glaub ich, auch schon gesehen. Genau, und wo wir bei Filme sind, ein Tipp für alle, die sich mal in die Zeit zurückversetzen lassen wollen, die auch ein begleicht ältere... Metropolis, den alten Schwarz-Weiß-Fan. Nein, 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 aussätzige Zauberer, die sich so die 80er, 90er nochmal zu Gemüte führen wollen, da gibt's eine fiktive Geschichte, die so, aber wo immer wieder so Anspielungen auf die alten Sachen, so Commodore, Amiga kommt drin vor, der Apple kommt drin vor, also die 84er, 83, 84 mit der Werbung, die sie da geschaltet haben mit dem Hammer, der da in das in die Kinoleinwand fliegt, da mit, von wegen George Orwell und so. Solche Dinge kommen da drin vor, bis hin ganz zum Schluss in der letzten Staffel, nämlich der Next, ja, der Next Cube, der vorgestellt wird. Ähm, und zwar ist es, ähm, Hold and Catch Fire, kriegt man auf, ähm, wie heißt das? Netflix Prime. Nein, 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 Amazon, Amazon Prime, für umsonst. Okay, wie heißt das? Die Dementen Zauberer heißt der Podcast hier, falls es einer noch nicht gemerkt hat. Hold and Catch Fire, vier Staffeln, sehenswert, kann man einen Blick durchführen? Die vier alten Dementen Zauberer. Die vier, warum vier? Nur weil du schizophren bist. So, aber wir haben ja ein anderes Thema, einer unserer Zauberer, nämlich der, ähm, der Back, nee, Backup nicht, Backup und Ruth waren da und Admin war nicht da. Hatte ich schon erzählt, dass ich eine Oma Ruth hatte? Eine Oma Ruth, die Ruth, aber du darfst nochmal. Aber mit TH, ne? Du darfst nochmal erzählen, oder was? Ja. Ja, die hat immer grüne Götterspeise für mich gemacht. Und die war damals noch richtig gut, ja, weil die hat so günstig geschmeckt. Mit Rechnung war die Götterspeise. Das war so geil. Während heute ja, ja, Waldmeister natürlich grün. Ja, wobei, da ist nie Waldmeister drin gewesen. Künstlichen, ja. Das wisst ihr schon alles. Ja, aber. Weil Wildmeister war so eins der ersten Sachen, die man komplett künstlich gemacht hat. Ja, natürlich, weil es so giftig ist. Aber, ähm, damals war es halt noch richtig künstlich und hat einfach geil. Nein, da sind viel zu viele natürliche Stoffe drin. Die ganzen Eissorten, die grün sind, die schmecken doch gar nicht mehr richtig, ja. Ja, das schmeckt schon fast nach Natur, das ist ekelhaft, ja. Das ist hier für fünf Pfennig. Ja, dieses Wasserteug, was du erst selber, was du erst selber, äh, frieren musst, ne. Genau. Das kann man auch so trinken. Ja, ja, genau. Das haben wir auch früher so getrunken. Okay, aber jetzt, äh, hatten wir jetzt irgendein Thema? Ja, wir haben das Thema, wir waren auf einer, auf einer Zusammenkunft von Podcastern. Nennt sich? Was ist ein Podcaster? Podcaster, also die, ähm. Ah. Mit Carsten fällt mir jetzt nichts ein, aber Pod. Carsten habe ich heute getroffen. Carsten hast du getroffen. Das ist, äh. Okay, also sagen wir einfach, wir waren in Köln beim Deutschlandfunk und waren auf der Subscribe-Nummero 10, glaube ich. 10 war es, genau. 10. X. Und was schön ist, also haben wir ja auch schon mal drüber erzählt, so CCC, also Chaos Communication Kongress, der Kongress der Chaos Communication, äh, der, 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 der Chaos, äh. Das Chaos Communication Club. Ja. Chaos Communication Club? Chaos Computer Club. Chaos Computer Club. Ja. Sag ich doch, demente Vierbeine. Vierbeine. Nein, ähm, oder bitte? Muss man, muss man, muss man, muss man einfach mal loswerden. Die Subscribe, die war einfach genial von, nicht nur von den Inhalten, sondern einfach von den Leuten, die sich da einfinden, weil man trifft da auf Gleichgesinnte, die mit einem ähnlichen Anspruch da rangehen und zumindest findet man genug, die genau den selben Anspruch haben wie wir. Wobei wir hatten ja das Gefühl, dass wir, was unsere Podcasts angeht, irgendwie total aus dem Rahmen fallen, oder? Wie war das? Ich sag mal so, schon in den ersten 10 Minuten eigentlich vom Eröffnungsvortrag, da fielen so viele Wörter über Qualität und Professionalität, dass wir uns gar nicht mehr angesprochen. Nee, wir fühlten uns nicht angesprochen. Ich muss das auch nochmal ein bisschen ergänzen. Also diese Podcastszene, die ist dermaßen heterogen, sagen wir es mal so. Ich möchte mich gar nicht mit allen gut verstehen können. Da sind alle dabei. Also von Computer-Nerds der übelsten Sorte, die unheimlich nett sein können. Absolut. So einen haben wir auch getroffen. Viele Grüße in den Schwarzwald. Ja, eigentlich schon. Für mich schon. Also mit denen wir definitiv sehr, sehr lange zusammen uns unterhalten. Über ganz viele nette Leute, aber halt auch Leute, die sich um Themen kümmern, wo ich dann langsam Probleme habe, einfach weil ich diese Betroffenheit nicht ganz nachvollziehen kann. Und auch nicht nachvollziehen möchte, weil ich habe in meinem Leben so viel zu tun, ich muss mich nicht mit jedem Thema auseinandersetzen. Das ist doch gut so. Ja, es ist aber einfach eine unheimlich schöne Mischung von Leuten, die alle ein ähnliches Hobby haben, nämlich rund um Podcasts. Es gab Konferenzteilnehmer, die nur Hörer sind. Es gab Konferenzteilnehmer, die beide sind und mindestens einen Konferenzteilnehmer, der Podcasts hasst und nur Podcasts herstellt, aber nicht hört. Ja, der hat das dann auch öffentlich zugegeben. Das war einer unserer… Ja, der hat sich auf der Subscribe 9 eingetroffen. Ja, ich glaube, das war das selbe. Genau. Aber vielleicht nochmal was zur Location. Also wir waren bei der 9 in München, bei der 8 waren wir auch. In München. In München. Und diesmal war es in Köln beim Deutschlandfunk. Und da muss man wirklich sagen, durchwachsen. Also zum einen, die Location war wirklich nicht schlecht. Also es war alles auf einem Stockwerk, gute Räume, viele Räume, viel Platz, man konnte sich ausbreiten. Was ein bisschen merkwürdig war, fand ich sogar, das fiel gleich so am Anfang schon auf. Die hatten da so, muss man dazu sagen, das ist ein Riesengebäude, das ist ein Hochhaus. Und die mussten natürlich schon sicherstellen, das waren knapp 300 Teilnehmer. Und 300 Leute in so einem Normalbetrieb am Wochenende irgendwie zu bändigen, wo man vielleicht auch irgendwie das Gefühl hatte, es war glaube ich das erste Mal jetzt da, wo die Subscribe da veranstaltet wurde. Die hatten wahrscheinlich so ein bisschen Angst davor, dass 300 Leute, die eher so nerdig unterwegs sind, sich da ausbreiten wie ein Virus und dann irgendwo in ganz merkwürdigen Ecken sich wiederfinden lassen, Wochen später. Deswegen haben die da so eine Firma anscheinend beauftragt, die so ein bisschen Türsteher-mäßig da so. Security. Security, bis sie geguckt hat, wer geht wohin. Und die haben wirklich am Anfang, die haben diese Eindruck, den die hinterlassen haben, das war wirklich Türsteher-mäßig. Die standen wirklich immer schwarz gekleidet, mit ganz böser Miene vor allen möglichen Eingängen und haben dann ganz böse geguckt. Zum Beispiel durftest du in den großen Präsentationssaal, das war ein, das ist ein. Hörspielstudio? Nee, kein Hörspielstudio, sondern ein Konzertsaal und der ist natürlich entsprechend ausgestattet und so und da durftest du halt keine Getränke und Essen und so mitbringen, aber die wollten dann auch, dass du sonst keine Taschen mehr mitbringst und dann stand der eine, wir wollten da rein und dann steht er da und dann guckt er dich so ganz böse von oben nach unten an so und dann schüttelt nur so ein Kopf, sag kein Ton, sondern schüttelt nur den Kopf so und dann fragst du ja was, ja hier Tasche abgeben und dann wie ohne Tasche, ja aber mit Laptop darf man schon, weil du willst ja da mal mitschreiben und so und dann guckte er dann, naja mal sehen und wirklich wie hier 80ern vor der Disco. Ja, also der… Ja, bis auf den Anzug im Prinzip, ja. Also leicht ist es immer so vor der Disco. Ja, es war nur seit den 80ern nicht mehr drin. Aber ich sag mal so, der Typ war bestimmt anderthalb Köppel größer wie wir, die Schultern waren doppelt so breit wie unsere, ja. Und er im Job. Und stand auch mit verschränkten Armen da. Verschränkte Arme, so leicht Beine, v-förmig auseinander, ja. Hat er dann so T-Shirt nur an? Nee, nee, das war schon mit Hemm. Also schon mit… Mit Anzug und Verwatte. Ach, mit Anzug. Das hat sich gebessert. Damals waren die im T-Shirt. Ja, schon. Ja, das vor der Disco glaube ich halt noch. Also ich glaube, das war halt irgendwie so ein bisschen ein Fehlgriff. Die hatten halt wahrscheinlich irgendwie gedacht, naja, bevor die da marodieren, durch dieses Hochhauswandern… Ja, oder die hatten recht. … müssen wir da ein bisschen… In irgendwelche Technikräume und dann irgendwelchen Schaltern rummachen. Ich denke, das war vor allen Dingen das Problem und die Angst dabei. Und natürlich diesen Konsensal ruinieren, den Boden. Ja, nicht nur den Konsensal, überall standen die. Nee, ich meine mit Gedenken und so. Das ist schon… Ja, das ist aber generell da eine Regel, aber du kennst das auch. Das ist ja beim Communication Kongress nicht anders. Die Community und da ist es ja auch, das sind 300 Leute gewesen. Das sind ja alles ganz vernünftige Leute. Ich habe das noch nie erlebt, dass wenn du denen sagst, Leute, das ist hier nicht gewünscht, wir sind hier Gast und es ist nicht gewünscht, da mit Getränken reinzugehen, dann hält sich da eigentlich jeder dran. Und das ist nichts, wo du Angst haben müsstest, dass da die Leute, die da auf so eine Veranstaltung gehen, da irgendwie ein Riesenthema mit haben, weil das sich selbst reguliert. Das sind die anscheinend nicht gewohnt gewesen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen weiter, bevor wir uns jetzt noch hier stundenlang über die Türsteher unterhalten. Aber du darfst Fragen stellen. Ja, du darfst Fragen stellen. Ich wollte aber kurz noch, was du… Was hast du eben gesagt? Die Community. Ich denke, das Thema sollten wir nachher am Ende auch nochmal aufnehmen, weil dazu möchte ich was sagen. Community. Langt jetzt das Kabel? Langt es? Oder soll ich ein Backup machen vom Kabel? Oder wir reden gerade über die Community. Die Kabel sind so kurz und die Arme erst recht. Wir müssen lieber zum Schluss machen. Lieber zum Schluss. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein Thema. Essen. Essen. Also wir passen. Ich habe viel darüber gelesen, ja. Ja, also vielleicht mal ganz kurz, was uns da so passiert ist. Also der erste Abend gab es dann schon gleich ein Abendessen. Das war irgendwas mit Linsen. Irgendwas sage ich extra, weil man wusste es nicht so genau. Ja, ihr habt ein Bild geschickt. War das das vom ersten Abend? Nee, das war dann vom zweiten. Okay. Aber der erste Abend, das war schon so bauschaumäßiges Zeug. Warst du im Bauch und dann hat das da drin gelegen wie Stein und dann hast du was getrunken und es hat sich dann praktisch aufgesogen und hast gedehnt und du hast alles Angst gekriegt. Man muss dazu auch nochmal sagen, es gab zwei Orte, wo Essen ausgegeben wurde. Einmal quasi im, wie nennt man das? Foyer. Foyer, sage ich mal, ja. Und einmal da in der Kantine. Während in der Kantine alles getrennt war, haben die im Foyer immer irgendwelche Sachen zusammengeschüttet und ausgegeben. Also Beispiel habt ihr es geholt? Nee, das allererste Mal waren wir in dem Foyer und dann haben wir zwei Sachen gesagt, die wichtig waren. Nämlich getrennt Kantine und es gibt Salz und Pfeffer in der Kantine, weil das Zeug war nie gewürzt. Das hat einfach dann nichts geschmeckt und hat das wirklich Probleme. Und das Thema war halt in der Regel, es gab dann Gemüse mit, also es gab dann auch immer was für Veganer und so, also Vegetarier, mindestens mal Vegetarier. Thema war dann Tofu gebraten und so, war sogar teilweise leckerer wie der ganze Anagramm, aber der wurde dann im Foyer halt mit dem Gemüse zusammengemengt. Genau. Das war dann ein großer Pott mit Rosenkohl, glaube ich. Rosenkohl war beliebt, ja. Rosenkohl gab es praktisch jeden Tag. Das war dann am ersten Abend oder am ersten Tag Rosenkohl mit gebackenem Tofu. Und für die anderen gab es dann auch irgendwie Kühnerbrust, irgendwas, also so beschnetzeltes. Und es gab zwei Sachen, die man darauf praktisch direkt sagen konnte, was überhaupt nicht gepasst hat. Vollkommen ungewürzt, ich glaube der Tofu war noch das Gewürzeste überhaupt und trocken wie, trocken wie, wie, wie es gar nicht anders ist. Staub, Sand. Wirklich. Ja, also, das zog sich aber fast durch jedes Essen durch, bis auf das Abschlussessen. Es gab quasi keine Soße. Es gab keine Soße. Ja, genau, es gab keine Soße. Und ich sage mal, da gab es ja dann auch Reis und Nudeln, ja, aber keine Soße dabei. Und das Ding war, wir haben uns dann die ganze Zeit gefragt, was ist los. Und dann gab es einen bemerkenswerten Tag, das war, ich glaube, der zweite Tag, der Samstag oder so. Der Samstag war das. Der Samstag, da saßen wir da und wir haben uns dann eh schon immer angeguckt und überlegt, gehen wir jetzt wirklich essen oder sollten wir uns so irgendwas draußen suchen oder so. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein bisschen nicht gerade Zentrum Köln. Also, es gab Leute, die haben sich eine Pizza bestellt und haben so unten an der Tür abgefangen. Aber wir sind dann da in die Kantine gegangen, haben uns da hingesetzt und haben uns das angeguckt. Also, das Ding war, wir dachten erst mal, es ist Pizza. Dann stellte sich raus, das ist keine Pizza, sondern es war Blätterteig mit irgendwas drauf. Und wir haben uns das angeguckt. Du hast auch ein Bild von uns geschickt bekommen. Guck's. Das sah wirklich so aus, wie es war schon mal irgendwo, wo es nicht hingehört. Und dann kam das Beste und da waren wir wirklich total geschockt. Die Kantine war ja voll. Also, es waren immer Leute da und es waren immer Leute da, die gegessen haben. Wir beide sitzen da, gucken uns an und waren wirklich am Überlegen, was machen wir jetzt? Schmeißen wir es gleich irgendwie in den Abfall? Also, man muss dazu sagen, wir haben es beide probiert. Ja, ja. Und wir haben Salz und Pfeffer drüber gemacht. Aber man konnte es trotzdem nicht. Und es sollte vermutlich irgend sowas so Kisch-mäßig sein, was auch immer. Ja, genau. Ja, genau, das Bild, das muss unbedingt auch verbreitet werden. Das nimmst du als Kaffee, genau. Also, wie gesagt, ich habe… War das ein Messer oder eine Tortenschaufel? Nee, das ist ein Messer. Ich dachte auch erst, es wäre eine Pizza. Und ich dachte dann… Es sieht aber nicht so trocken aus. Also, es sieht… Nee, das war was anderes, genau. Das war das Einzige, was nicht trocken war. Aber das war, wie hast du das? Schleimsoße hast du das bezeichnet? Schleimsoße, das war so ein richtiger Bar. Also, ich habe dann die obere Schicht abgezogen, weil ich dachte ja, was so ein bisschen verbrannter Käse wäre, was aber anscheinend einfach vertrockneter Blätterteig war oder so. Und dann war da drunter ja viel zu flüssig eigentlich. Das sah aus wie Pilzsuppe, die ein bisschen dicker war wie sonst. Es war wie nicht ordentlich gekaut und wieder rausgekotzt, ja. Also, muss man wirklich so sagen. War schon merkwürdig. So, und jetzt pass auf. Dann kamen zwei Sachen wieder, die waren wirklich genial. Das eine Ding, ich war am Anfang sauer. Bei der Ausgabe sage ich, ich will ein großes Stück. Und wenn du bei denen gesagt hast, du willst ein großes Stück. Hast du ein großes Stück? Nee, 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 nee. Ich dachte, das wäre Pizza. Das erste vernünftige Essen, habe ich mir gedacht. Kann man nicht viel verkehrt machen. Und wenn du bei denen, egal bei was, bei Nudeln hatte ich auch gesagt, ich will bitte mal eine ordentliche Portion. Und immer wenn du was ordentlich, also mit dem Hintergedanken mehr zu bekommen, wie die anderen, hast du extrem wenig bekommen. Und das, was wir mir dann auf den Tisch, auf den Teller gelegt haben, war dann ein Eckstück. Und wenn du Pizza denkst, es wäre Pizza, willst du kein Eckstück haben. Du willst ja, ne, so. Und er kommt hinter mir und kriegt so richtig saftiges Mittelstück. Das Mittelstück. Das Mittelstück. Und ich denke noch, der blöde Admin hier, weißt du, kriegt der hier. Backup. Backup. Backup kriegt hier, kriegt hier jetzt so ein richtig schönes Teil. Ich muss mich da mit dem trockenen Rand wieder abgeben. Pass auf. Und dann probiere ich das und beiß da rein. Du hast es auch nicht gesehen. Und stelle fest, das ist Blätterteig. Und jetzt war wiederum mein Glück, dass ich das Randstück gekriegt habe, da, wo diese ganze Soße nicht drauf war. Das schmeckt wenigstens nach Blätterteig. So. Und dann kommt das zweite Ding, was da der Hammer war. Wir sitzen da, gucken uns noch an. So nach dem Motto. Alter. Schreien wir jetzt hier oder was machen wir und gucken uns so um und nehmen und setzen sich zwei jüngere, aussätzige Zauberer, aber eher der neueren Generation hin. Ja, also waren schon auch Nerds. Und die haben das runtergegessen. Alter, sowas habe ich noch nicht gesehen. Die waren in zwei Minuten fertig und nicht alles, dass sie den Teller abgeleckt hätten. Und ich habe. War das Nerdfood? Ja, wahrscheinlich. Und die haben uns richtig so, wir hatten richtig das Gefühl, die haben uns böse angeguckt, weil wir unsere Witze übers Essen gemacht haben. Wir haben Witze gemacht und die haben uns angeguckt, wie nach dem Motto, seid nicht so undankbar. Und als wir Richtung Hotel gefahren sind, haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, ja. Also wie wir quasi hier das tolle Essen so nicht würdigen können. Und dann kam der nächste Tag. Ja, und dann kam der nächste Tag. Und wir stehen morgens beim Frühstück. Wobei dieses Frühstück jetzt wieder auch ein großer Tisch war. Da standen geschmierte, ungetoastete Toast-Ecken rum. Mit einem komischen Zeug drauf, gelb. Irgendeine Mango-Linsen-Creme sollte es angeblich sein, hat man gehört. Also es sah, das was aus den Toastbroten rausgelaufen war und vertrocknet war, das sah aus wie Rührei. Deswegen hatte ich mir davon auch voller Begeisterung was genommen. Und dann hast du draufgebissen. Und dann ist dieser Brambus rechts und links am Mund so rausgelaufen. Es war schon ziemlich eklig. Also auf jeden Fall, es gab ja noch was Gutes, nämlich so Butterhörnchen quasi. Und so ein bisschen wie Laugengebäck, aber ohne Lauge oder ohne Salz. Das Thema war jetzt, jetzt standen da große Schüsseln mit Marmelade. Es standen aber keine Messer da. Es standen keine Gefäße da, wo man die Marmelade reintun konnte. Und es gab keine Teller. Keine Teller und am Anfang, die ersten zehn Minuten auch keine Servietten. Wie gehst du damit? Ihr wart zu früh. Nee, nee, nee. Die hatten das wirklich so ernst gemeint. Also dann war die Frage, wie kriegst du jetzt Marmelade irgendwie? So eine Idee war, du nimmst den Erfsenbrei und tunkst ihn ein in der Marmelade. Es ging darum, die Butterhörnchen mit Marmelade, ist ja eine gute Idee. Es gab keine Butter, ist okay. Gut, die Butterhörnchen hatten genug Butter innen drin. Aber jetzt wäre die Frage, wie kriegst du die Marmelade drauf? Du kannst hier jetzt nicht hingehen. 300 Leute, na gut, sagen wir mal 100 Leute, gehen da mit ihrem Butterhörnchen in die eine große Schüssel mit Kirschmarmelade rein und hauen sich da irgendwie die Marmelade auf Butterhörnchen. Das wird nicht funktionieren. Da haben die nicht dran gedacht, Alter. Und dann haben wir uns Tassen genommen, da Marmelade reingefüllt und dann haben wir auf dem Stehtisch gestanden und getrunken. So und dann passierte Folgendes. Und dann wir beiden wieder lästern dann über das Essen allgemein und über die komische Organisation dahinter und waren so am Rätseln, wo dran liegt es. Ja, wahrscheinlich haben die eine Budgetvorgabe gehabt, 300 Leute irgendwie mit dem Budget da irgendwie durchbringen. Wurde ja alles gesponsert vom Deutschlandfunk. Die Getränke. Auch das Essen. Das wurde gesponsert. Das hat der Deutschlandfunk bezahlt. Und dann haben wir so drüber angefangen und dann haben wir gelästert. Und dann sage ich noch hier zur Backup, also wir sind Gäste und man darf auch nicht zu undankbar sein. Ich meine, das ist schon auch ein Riesenaufwand, 300 Leute übers Wochenende da irgendwie zu unterhalten und da auch echt Geld auf den Tisch zu legen und so. Und deswegen war ich da so ein bisschen, ich wollte das nicht so laut, vor allem weil wir ja immer noch unsicher waren, sind wir jetzt womöglich die Einzigen, die da ein Problem mit haben, weil da gab es ja Leute, die wirklich den Pille abgeleckt haben. Die waren begeistert. Die waren begeistert. Und dann kam dann von hinten irgendwie der Spruch, da hätten wir jetzt aber auch gerade mal einen Podcast drüber machen können. Ja genau, also am Nachbartisch standen so ein paar Mädels irgendwie und die waren ganz begeistert von unserem Gelästere und meinten, könntet ihr das mal aufnehmen? Genau, weil sie waren auch der Meinung und haben sich genauso wie wir auch gefragt, wie passt das alles hier zusammen? Aber anscheinend hatten wir auch wirklich am Abend, als da die zwei begeisterte Esser bei uns am Tisch saßen, ein bisschen Pech, weil uns hat da noch ein anderer berichtet. Da haben Leute gesessen, das nicht gegessen und noch am Tisch sitzen, Pizza bestellt. Und einen Kasten Bier. Ja, hören die dann wenigstens die Folge hier, habt ihr ja den Link weitergegeben. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also ich habe halt in der Zeit das hier machen müssen. Das hast du uns ja geschickt. Genau, das ist ja das Bild. Also ich hatte hier, ich musste hier Wein, Brot und Käse, ich musste hier fünf Gänge Käse mit verschiedenen Broten und jeweils zwei Weinen dazu reinziehen. Ganzen Abend über. Und wir haben gesagt, wenn du jetzt nur das Minimum nimmst, dann hast du mindestens einen Liter Wein intus. Ja, hätten wir auch gebrauchen können. Und der war lecker, weil das war beim Winzer. Positiv muss man natürlich schon mal anmerken, sie haben sich wirklich Mühe gegeben. So eine Anekdote vielleicht noch mit den Getränken war dann zum Beispiel, was ist das Nerd-Getränk schlechthin? Mate. Genau. Und was passiert dann, war das Samstag, Samstagabend irgendwie? Samstag, glaube ich. Samstagabend. Was passiert dann, da kommt dann ein Kasten Mate auf den Tisch. Für 300 Leute. Der war praktisch bis zur Theke, war der schon leer. Ja, der hat kaum mehr geschehen. Ja, aber so war das dann halt so ein bisschen, die haben schon mitgekriegt, ah Mate scheint so eine Nerd-Brause zu sein, das müssen wir schon mal machen. Aber dann haben sie wahrscheinlich zwei Kästen oder drei Kästen insgesamt gehabt und haben die dann über die drei Tage halt verteilt. Kannst du natürlich entsprechend. Also das war bei der neunten Subscribed nicht so, ne? Ne, ne. Da hatte ich aber auch noch einen Kofferraum voller Mate, ne? Ja, gut, dann hast du, ja. Ja, stimmt. Aber auch die Getränke, muss man auch mal sagen, teilweise waren dann einfach mal eine Stunde lang keine Getränke da. Ja, das war ein bisschen. Also Improvement, Room for Improvement. Ja, absolut. Geht nach oben noch, sagt der Britte. Ja, jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ich meine, wir wissen jetzt auch nicht, wie das alles organisiert war, ja? Ich sage mal, die billigsten Karten waren, glaube ich, 100 Euro, ja? Sagen wir 300 Leute, 100 Euro sind 30.000 Euro. Jetzt wäre einfach mal eine interessante Frage, was ist eigentlich mit dem Geld passiert? Ja, kann man da mal nachhaken. Also da kannst du ja im Sendegate gucken. Also ein Punkt war, im Sendegate haben sie Leute gesucht, die das mitorganisieren. Da könnte man sich mal melden und mitorganisieren. Ich bin halt sehr destruktiv immer. Ich kann wahnsinnig gut kritisieren. Ja, ja, das kennen wir ja. Hast du eine Kennung für Sendegate? Hast du eine Kennung für Sendegate? Ich weiß es nicht. Okay. Oder im Slack? Ich will ja gar nicht so viel kritisieren. Also ich meine, das ist immer eine Frage, wie man es macht. Ja, das muss man besser machen. Was man objektiv definitiv sagen kann, ist, beim Bayerischen Rundfunk waren wir super untergebracht. Das war eine richtig geile Geschichte. Wir waren ja zweimal da, du warst einmal mit. Fand ich super gut. Ich fand das inhaltlich und auch von dem ganzen Drumherum eigentlich auch nicht schlecht beim Deutschlandfunk. Das war schon, die haben sich schon Mühe gegeben. Ich glaube, die waren ein bisschen überfordert. Wie gehe ich mit so einer Art Leute um? Ja, das wird da ein bisschen schwierig. Ja, und beim ersten Mal musst du halt testen und kannst auch daneben greifen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das nächste Mal besser wird. Dass da daneben gegriffen wurde, wenn du das organisierst und hast das erste Mal einen anderen Ort, einen Caterer. Was? Wenn das selber organisiert war, dann weißt du natürlich nicht, wie ist das? Oder du kennst ihn von was anderem und dann weißt du aber nicht skaliert in der Menge. Das wird schon der interne gewesen sein, aber ich gehe einfach davon aus, dass der einfach eine Vorgabe gehabt hat und dann haben die dann wahrscheinlich gesagt, hier, das sind alles junge Nerds, da kannst du auch mal, ob das macht satt. Die jungen Nerds hat es ja geschmeckt, hast du gesagt. Wahrscheinlich, ja. Die waren nicht alt genug. Zumindest die zwei, die bei uns saßen. Aber ich denke mal, da muss man jetzt mal abwarten, wie es beim nächsten Mal wird. Was ich super fand, war drumherum, der ganze Rest, der war eigentlich spitzenmäßig, muss man schon auch sagen. Also nicht nur Kritik üben oder so. Wir hatten halt, was für uns lustig war, so das Gefühl am Anfang, dass wir so die einzigen sind, die da irgendwie nicht mit klarkamen. Was mit dem Essen. Mit dem Essen. Oder auch, dass manchmal die Getränke aus waren. Was wir festgestellt haben, ist halt, das waren viele andere auch, aber es hat keiner laut geschrien. Also ist keiner da rumgerannt und hat gesagt, wie schlecht ist das hier? Also was ja auch positiv ist erstmal. Ja, wobei, aber es ist natürlich genauso negativ, weil es wird nicht verbessert, wenn man nichts sagt. Ja, nichts sagen heißt ja nicht, dass es nicht bemerkbar macht. Im Sende gehen ist viel. Ja gut, aber kommt das noch vernünftig bei der Kantine an? Sagen wir es zum Beispiel. Ich gehe immer schon davon aus, dass die Organisatoren da… Ja, aber ich sage mal, wenn 50 Leute was währenddessen sagen, das bringt mehr wie danach einmal. Aber ist egal, die hatten das dieses Jahr übernommen, haben das quasi zum ersten Mal organisiert und dass dann einiges vielleicht nicht so ganz rund läuft, ist logisch. Und man muss das auch einfach mit dem lachenden Auge sehen. Ich finde das immer schön, solche Sachen zu erleben, weil es amüsiert mich einfach. Du genießt das? Ich genieße das in gewisser Weise, absolut. Wenn irgendwas nicht so richtig rund läuft, ich genieße es. Also die andere Anekdote, die mir loswerden muss, die fand ich auch einfach genial. Wir sind dann am Samstagmorgen mit dem Auto dann dahin gefahren von unserem Hotel aus und auf dem Weg dahin siehst du natürlich schon so die Horde, Nerds, Podcasts, dahinlaufen, die in der Nähe irgendwie ein Hotel hatten und dann dahinlaufen und so das erste Ding. Da siehst du die und dann sagst du, typisch, weißt du, die Klischees werden da abgearbeitet. Da brauchst du dich nicht drum kümmern. Da lief dann einer mit kurzen Hosen rum, weißt du so. Es war noch nicht sehr, wirklich warm war es nicht. Also ich sag mal, gerade dieser eine, der hat alle Klischees erfüllt, aber man kann ihn eigentlich nicht näher beschreiben, weil er sich dann sofort erkennt. Genau, aber er kennt sich ja auch, wenn er das findet. Ja, absolut, aber jetzt pass auf, jetzt folgendes. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man es mal zumindest anspricht. Also alle Klischees erfüllt, nicht nur er, sondern auch viele andere. Wir saßen dann so im Auto, sind da hin und dann einfach noch mit dem Eindruck, des Tages vorher, abends, mit den zwei Nerds, die bei uns am Tisch saßen und bald die Teller abgeleckt haben, waren wir natürlich entsprechend irgendwie so unterwegs und unsicher. Alter, sind wir diejenigen, die hier gar nicht mehr hinpassen oder was ist los? Also sind wir der Stein im Schuh, ja? Und so haben wir auch diskutiert und uns unterhalten, dann sind wir dann da rein. Und das Schärfste war dann, irgendwann standen wir dann da so zusammen, haben uns unterhalten, unter anderem eben auch über das schlechte Essen. Und dann stand so viel, das haben wir auch gar nicht so gleich realisiert, genau denjenigen, den wir da als allererstes ausgemacht haben morgens, wo wir gesagt haben, ey, typisch Nerd, also das ist so typisch, das müsstest du fotografieren, kannst du direkt als Titelboto nehmen. Der stand dann bei uns und mit dem haben wir dann mal locker zweieinhalb, drei Stunden uns köstlich unterhalten. Das war wirklich genial, wirklich. So über, wie machst du Podcasts, was hast du da erlebt, was haben wir so erlebt, wie gehst du damit um, über was geht es denn eigentlich, wie passt die hierher und so. Das war wirklich genial. Also genau, wo wir am Anfang erst gesagt haben, Gottes Willen, ja, willst du nichts mit zu tun haben so, weil passt die irgendwie nicht hin. Nee, das passt super. Das passt alles wie Arsch auf Eimer. Also du hast da auf dieser Veranstaltung alles treffen können. Also ich hatte zum Beispiel eine kurze Unterhaltung mit, wo kam die hier nochmal her, was war das für eine Firma? Spotify. Spotify. Unterhalten, so über Podcasts, wie man macht und so und dann frage ich sie so, wo kommst du jetzt her, was machst du für einen Podcast? Und er kommt, nö, ich bin von Spotify, ich bin hier, mache Werbung. Ihr habt ja eigentlich auch schon auf Spotify veröffentlicht. Und was hast du gesagt? Da habe ich gesagt, natürlich. Unser Technikweg. Nee. Nein, natürlich nicht. Pfui. Aber mittlerweile hat es mir erklärt, gibt es da auch ohne Vertrag. Also du kannst da jetzt genauso für irgendwelche, bei anderen. Ja, aber anderes Thema. Ja, anderes Thema, lassen wir, das müssen wir ja. Genau, wollen wir da. Aber worauf ich eigentlich raus wolle, du hast da alles getroffen. Von Leuten, die Geld verdienen wollen mit Podcasts, von Leuten, die Podcasts eher so wie Radio verstehen und auch ganz professionell. Die Radio machen vielleicht. Und die viele auch Radio machen. Und dann eben aber auch Leute, die so aus dem Rand kommen, in Anführungsstrichen, die im Prinzip von denen, die Podcasts machen, im Endeffekt irgendwie auch noch leben wollen. Also das Spotify-Mädel hat halt einfach die Plattform da vertreten und versucht, Leute anzuwerben. Ja. Also da ein bisschen Stimmung zu machen. Und das hat sie ganz gut hingekriegt. Also die war zumindest den kompletten Samstag auch da und hat da alle möglichen Leute angesprochen. Waren da auch eine ganz nette Unterhaltung so. Aber hatte jetzt mit dem, was uns interessiert, hätte gar nichts zu tun gehabt. Wobei im Nachhinein muss ich halt echt sagen, dachte ich, eigentlich eine gute Idee. Weil wenn ich so an meine Kinder denke, ja klar, die gehen nicht auf iTunes oder sonst wohin. Die gehören auf Spotify zum Beispiel. Und wenn es da angeboten wird. Und wie gesagt, mittlerweile gibt es da ganz gute Regeln. Eben keine Verträge. Muss man sich nochmal anbauen. Auch so, jetzt nochmal zu der Konferenz. Hast du eigentlich irgendwelche Fragen? Ja, ich wollte gerade. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Was mich interessieren würde, wäre. Okay, also du hast ja keine Frage. Was war denn so das Motto? Weil bei der Subscribe 9 in München war ja so alles um das Thema bezahlen, kommerziell. Wie kann ich Geld verdienen und so. Was war denn diesmal so im Mittelpunkt das Thema? Kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, was für mich Mittelpunkt war. Also die zwei besten Sachen, die ich mir angehört habe, das war Musik, Geräusche und so weiter bei Podcasts. Und das waren wirklich, ja zwei Workshops. Die waren wirklich beide spitzenmäßig, muss ich echt sagen. Ja. Also generell kann man sagen, ist das ja alles, Hotspot. Hotspot da, zack, einmal online gehen. Ist das, ist da ja eine wilde Mischung von allem Möglichen. Und im Prinzip findet jeder, also ich habe da definitiv ein paar Themen gefunden, die mich wirklich interessiert haben und ein paar Themen, wo ich überhaupt keinen Bezug zu hatte oder habe. Wo ich sage, okay, das ist nett für jemanden, der sich damit beschäftigen möchte. Und es gab so Dinge, wo du eigentlich angenehm überrascht wirst oder ich zumindest angenehm überrascht wurde. Nämlich, wo du im ersten Moment denkst, Alter, das ist so weit weg von dem, was da eigentlich dir im Kopf rumgeht. Aber wenn du dann dich mal drauf eingelassen hast, dann wirklich echt was von gehabt hast. Unter anderem war nämlich der, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, unser großer Philosoph, der auch diese… Der Moritz. Der Moritz Klenk, genau. Das habe ich mir schon angetan, das Video davon, das kann man ja alles nachgucken, ich habe auch geguckt, das ist sogar fast live und der Moritz mit seinem sprechenden Denken, ich bin ja ein Fan von seinem Podlock, auch wenn ich mich outen muss, dass ich nicht alle Folgen gehört habe, weil ich glaube, das schafft man nicht, aber ich finde das toll, das Podlock, aber auch die No-Radio-Show hat was oder hatte was. Also das war dann so ein Ding, wo ein Philosoph halt eben über dieses sprechende Denken und denkende Sprechen sich da aussetzt, also absolut sehenswert, sollte man sich angucken. Die ganzen Vorträge, die zumindest in der großen Halle waren, sind alle aufgenommen worden, es gab in den kleineren Räumen, gab es auch Aufnahmen, aber nicht immer, also wenn da jemand gesagt hat, er will das nicht, dann wurde das auch nicht gemacht. War schon immer so? War schon immer so, aber für die, die es jetzt nicht wissen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob es einen Untertitel gab bei der Subscribe 10, irgendwie nicht, kann mich auch keiner von erinnern. Ich hätte jetzt auch kein wirklich Schwerpunktthema gesehen eigentlich. Also was definitiv gegenüber der Neuner nicht mehr das große Thema war, tatsächlich Kommerzialisierung. Okay, das war ja damals durchdiskutiert, hieß es ja auch im Nachgang, muss man jetzt nicht mehr im Mittelpunkt stellen. Es war wichtig, das mal zu diskutieren, weil es in der Luft lag, aber diesmal war jetzt nicht so ein Schwerpunktthema, wo es hieß, das liegt jetzt in der Luft, das müssen wir aufgreifen, das ist nicht passiert, okay. Also zumindest habe ich das nicht so erlebt. Das ist halt, was ein bisschen schade ist, aber das ist auf jeder Konferenz halt immer ein bisschen ein Problem. Es gibt natürlich schon Veranstaltungen, die parallel laufen, wo du nicht sicher bist, eigentlich würdest du gerne mal beide angucken. Die waren auch, von den Räumlichkeiten war das alles auf einer Ebene, also in München war es ja auf zwei Ebenen verteilt oder sogar auf drei Ebenen verteilt. Hier war es alles auf einer Ebene, nichtsdestotrotz waren die Räume erstens nicht intuitiv zu sehen, also wir haben lange gebraucht, bis wir dann wirklich wussten, wo was ist, obwohl es zu Hause mal erklärt wurde. Aber du hast schon einen Weg gebraucht. Also wenn die eine knapp fertig war und die andere Veranstaltung hat schon im Prinzip angefangen, du brauchst es aber irgendwie noch fünf Minuten dahin, das war halt schon immer ein bisschen schwierig. im Großen und Ganzen ging es, ja, also es gab halt ein paar Veranstaltungen, die parallel liefen, wo ich mich ein bisschen geärgert habe, dass ich das eine nicht mitgekriegt habe oder so, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich okay. Was sind so die Talks, die man unbedingt gesehen haben muss? Jetzt den Moritz haben wir gehört, Moritz Blank. Moritz auf jeden Fall. Mit dem Opener, das ist glaube ich der zweite Vortrag. Der zweite Vortrag, den ersten kann man sich auch, also wo Tim dann nochmal so ein bisschen drauf eingeht, was da geschieht. Die Story nochmal und die Einführung, ja. Genau. Was ich ganz nett fand, so zumindest inhaltlich so als ein Ding, was man sich mal angucken kann, war tatsächlich diese Podiumsdiskussion der Mädels, also wo es dann nochmal so ein bisschen drum ging, wie Frauen im Podcast und wie… Von den Podcast-Partnern? Nein, nein, nein. Von den Podcasterinnen? Ja, ich weiß ja wieder… .org, ja. Ja, genau, Podcasterinnen.org. Ich glaube, so war es. Ich habe jetzt sogar so einen Aufkleber auf meinem Rechner. Wo ist der? Ne, den habe ich leider nicht dabei. Thema, da war so ein bisschen auch wie generell, man muss sich darauf einlassen. Also es ist natürlich klar, dass sie eben dann bestimmt Intentionen da dran gehen und da das Forum natürlich dann entsprechend auch nutzen. wenn man nach, also ich sage jetzt mal nach zehn Minuten merkt, okay, das ist jetzt nicht so mein Thema, dann okay, dann Video ist ja kein Problem, dann gucken wir sich das nächste an. Aber ich fand es zumindest vom Thema selbst her schon mal ganz interessant. so, das waren so die großen, ich weiß jetzt gar nicht, dann hatten wir… Habt ihr den vom Pupe gesehen am Sonntag? Ne, vom Pupe haben wir nicht gesehen. Dann habe ich mir auf Video jetzt nochmal angeguckt, den fand ich auch gut. Ja, wir waren in einem kleineren, da ging es um Umsetzung, also da ging es ein bisschen um Technik in Richtung Python als Plattform, ja, Workflow-System zu nutzen, um da mal ein bisschen wegzukommen von, war die eigentliche Idee wegzukommen von diesem WordPress? Oder von WordPress? WordPress wegzukommen, fand ich ganz interessant. Das ist so, das hatten wir ja in München auch schon, das sind dann so diese technischen Sachen, wo du merkst, da haben sich Leute schon wesentlich länger mit beschäftigt, die sind da schon irgendwie zwei, drei Schritte weiter, wo es dann schwierig wird, das nochmal einzuordnen. Also wir hatten da am Anfang so zehn Minuten mehr oder weniger gebraucht, bis die Leute das mal einordnen konnten. Also von was genau redet ihr denn jetzt hier? Und was ist denn jetzt eigentlich der Hintergrund? Geht es nur um eine Skriptsprache, die irgendwelche Automatismen abnimmt oder geht es um mehr? Ja, das hat dann immer so ein bisschen das Problem, dass du das natürlich, du musst erstmal die Leute abholen. Fand ich aber trotzdem ganz interessant, weil anscheinend genau dieses Thema, auch Potloff, ja, also dieses Thema, diese Tools da zu benutzen, die halt gerne benutzt werden, weil sie auch nicht schlecht sind, die aber letztendlich natürlich auch so einen gewissen Rahmen vorgeben, den du dann auch nur noch schwer verlassen kannst. Und dieses WordPress-Thema zum Beispiel oder auch Potloff und oder auch, wie heißt das Schneide-Programm da? Ultraschall meinst du? Also Repair. Also Repair als Basis. Die Customizing. Ultraschall oben drauf. Dass das natürlich auch nicht überall läuft und dass du natürlich dann auch irgendwie Alternativen suchst. Und das hat man schon ziemlich deutlich gemerkt. Also da gab es schon auch eine ganze Menge Leute. Da ist viel Interesse dran. Absolut, ja. Und Ultraschall gab es ja auch die neuesten Neuigkeiten. Habt ihr euch das angeguckt? Nein. Das musst du dir angucken. Das muss ich mir angucken, weil ich muss das ja auch machen. Wir verstehen das mit dem Routing ja eh nicht. Das Routing habt ihr nicht mitgekriegt? Das ist jetzt einfacher geworden, ich weiß. Routing ist jetzt weg? Ja, es ist weg. Man braucht kein Routing mehr. Und hast du nicht die Kommentare gelesen hier? Ja, super. Was soll der Scheiß? Jetzt, wo ich endlich über den verstanden habe, bau dir das aus. Ja, aber das Schöne ist ja, das hat er dann auch nicht richtig verstanden, weil das Schöne ist ja, du kannst es weglassen. Genau, du kannst es wieder einschalten. Du musst es nicht weglassen. Du hast die automatische... Also das heißt, wir müssen demnächst mal wieder probieren. Studiolink. Ja. Gibt es die Box schon? Ja, hast du die Box jetzt geschickt gekriegt? Ja, das wollte ich jetzt von dir wissen. Nein, gibt nichts. Keine Updates. Hat er nichts mehr? Macht er nichts mehr? Keine Ahnung. Sebastian nicht gesprochen? Nee, gesprochen nicht. Ein paar Mal gesehen. Nee, es gibt ja anscheinend mehrere, die da hinterher sind. Das siehst du ja auch da immer in den Kommentaren und so. Da kommt nichts mehr. Ich glaube irgendwie, ich kann es auch nachvollziehen, weil theoretisch, es ist eine geile Sache. Es ist halt auch viel Arbeit. Er hat mit anderen Sachen zu tun und es ist ein relativ kleiner Markt. Also es sind dann wirklich... Ja, und da hat er, denke ich mal, mehr von im Moment. Also weil da einfach auch mehr passiert. Von daher kann ich das schon auch nachvollziehen. Aber es wäre schon ein schönes Teil, klar. Aber okay. Die Standalone-Version habe ich mir auch runtergeladen. Ja. Funktioniert. Von was? Von Studiolink. Ja. Das heißt, nur noch du musst irgendwas falsch machen. Das ist einfacher, wenn man quasi zusammen podcastet. Ja, machen wir demnächst mal. Mit den Studiolink-Liants. Ich habe jetzt wieder ein Mac, da kann ich ja wieder machen. Ach, du hast wieder was Richtiges. Okay. Einen, der noch geht. Einen, ja, den ich sogar noch weiter aufgerüstet habe. Ich habe jetzt alles reingeklemmt, was da noch geht. Was Sinn macht. Und einer, der noch nicht von den Neuen ist. Nee, absolut nicht. Eigentlich im Prinzip ein halbes Jahr jünger als den, den ich vorher hatte. Aber eben genau diese Schwelle 2012, neues Betriebssystem geht noch. Ach, genau. Ja. Passt. Genau. Also nochmal zurück zu dem, was du vorhin gemeint hast mit den nerdigen Nischen. Das erinnert mich an München, wo wir mit den, was war das, Raumklang. Ja, die waren auch cool. Die waren auch wieder da. Da haben wir auch quasi erstmal kennengelernt. Wir sind in den Raum rein. Was ist jetzt das Thema hier? Ja, genau. Also das haben wir dann quasi erarbeitet auch erst in den ersten zehn Minuten. Um was geht es hier? Ich glaube, das ist so typisch, weil das sind, das ist das Schöne an der Subscriber. Das sind auch so nerdige Sachen. Da musst du dich ja wirklich erst reinfinden und reinnerden, weil du gar nicht weißt, wo bin ich jetzt hier? Was passiert da gerade? Da muss ich ein bisschen widersprechen. Wie ist das so? Man könnte es anders vorbereiten, aber das sind schon ein paar… Also jetzt wie bei dem Python-Zeug. Die Jungs waren selber nicht vorbereitet. Die wussten überhaupt nicht, was sie sagen sollten. Ja, das stimmt. Also im Prinzip, was ihnen ganz hoch anzurechnen ist, sie haben für sich… Bargeld-mäßig halt. Sie haben für sich etwas entwickelt, weil sie von was wegkommen wollten und haben dann einfach gesagt quasi, wir wollen das einfach mal so vorstellen. Waren aber jetzt auch nicht darauf eingestellt, was für Leute kommen, mit was für Erwartungen oder so. Was wollen die wissen? Ja, sie hatten jetzt kein… Das haben sie auch gesagt, sie haben natürlich jetzt keine Folien vorbereitet und so. Die hatten sich halt kein Konzept gemacht, wie hole ich jetzt die Leute ab, wie kriege ich die Technik da mal rüber, was ersetze ich damit überhaupt und so. Das wurde dann alles erst… Die finden quasi einfach an. Die haben mal Skripte gezeigt, an die Wand geworfen und Ida saß dann, wow, toller Skript. Da läuft was. War schon gut. Nee, aber wie du sagst, da ist halt alles. Von Vorträgen, die gut vorbereitet sind. Da gab es auch ein paar ganz gute andere Beispiele. Bis hin zu Leuten, die eigentlich, und das war, glaube ich, bei denen auch tatsächlich so der Fall, die eigentlich das zum Anlass nehmen wollten, mal zu diskutieren. Also gar nicht jetzt, das ist das Ergebnis, sondern wir sind auf einem Weg und jetzt wollen wir uns eigentlich mal darüber unterhalten, ist der Weg richtig oder könnt ihr das auch gebrauchen? Genau, was habt ihr für Wünsche oder so? Womit habt ihr Probleme? Weil wir haben Probleme mit dem Workflow, den es im Moment gibt. Wir wollen uns hier einen eigenen bauen. Wollt ihr das auch? Ja, passt das. Da gibt es jemanden, der keine, doch, ich kenne zwei vielleicht, die keine Probleme haben, weil denen der Workflow gebaut wird, wie sie denken, aber für alle anderen ist der Workflow noch nicht im Fluss. Also der Anspruch, der Anspruch natürlich von den Kameraden da ist natürlich klar, wenn du mit Python als Programmiersprache, als Skriptsprache da loslegst, muss jedem auch klar sein, dass du da keinen fertigen Baukasten bekommst, wo du auf Menüs klickst, sondern das ist alles Zeug, was du selber skripten musst. Und das Problem ist halt, das ist sozusagen wie bei WordPress, du baust dir das zurecht und nach zwei Jahren merkst du, du würdest jetzt nochmal eine riesige Einarbeitungszeit brauchen, um das nochmal zu machen, weil du vergessen hast, wie habe ich meinen Podcast zum Laufen gebracht. Ich glaube, im Dilemma sind viele, dass die da auch gefangen sind und nicht mehr rauskommen. Nicht nur das, nicht nur das, ich meine, das kennt man ja von eigenen Seiten oder so, ja, dann kriege ich eine Mail von meinem Hoster, PHP XY ist ersetzt worden durch das und das, bitte überprüfen Sie Ihre WordPress-Seiten, ob sämtliche Module das unterstützen. Und was ist PHP, was ist WordPress, was ist ein Modul? Vor allen Dingen die Frage ist einfach, ja, wie überprüfst du denn, ob alle Sachen das unterstützen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wenn es noch läuft. Ja, wenn noch kein Fehler gefunden worden ist, dann sagen alle, klar, unterstützen wir das. Es gab so ein... You should make backups. Backups. Es gab... Backup. Das sagst du dem Backup-Mann. Was ich festgestellt habe, gerade in dieser Runde, da gab es dann auch so mindestens zwei unterschiedliche Lager, die einen, die eigentlich auch immer wieder formuliert haben. Ich will aus einem Grund auch von dem ganzen Kram weg, weil ich brauche den ganzen Kram gar nicht. Das WordPress ist viel zu aufgeblätigt. Also WordPress sowieso. Es gab dann so zwei, drei Kandidaten, die sofort formuliert haben, ach, mir würde das schon vollkommen ausreichen, wenn ich das alles praktisch zusammen linken kann, also mein Feed zusammenbaue und dann wird eine statische HTML-Seite generiert, die schmeiße ich einfach auf irgendeinen Server, wo ich das halt veröffentlichen kann. Fertig ist der Lack. Es gab einen, der sogar gesagt hat, ich brauche überhaupt keine Webseite. Genau. Ja, was ja auch passt. Du schicke einfach meinen Dropbox-Link rum, ja, und das kann das Skript ja dann auch gleich machen an meine Interessenten, weil ich hier eine beschlossene Gruppe habe. Ja, vor allen Dingen nimmst du Podigy. Oder sowas, ne? Ja, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, wozu brauche ich eine Webseite, wenn ich eine Radiosendung veröffentlichen will, ja? Weil die Leute, die kommen eben über iTunes oder sonstiges. Das ist eh was da aufgefallen ist, was mir beim Tim dann auch immer wieder so ein Stück war. Er hat eine klare Vorstellung, was für ihn Podcasts sind. Und das stimmt nicht unbedingt mit jedem überein, der da hingeht. Ja, ist ja normal so. Nee, das wäre blöd, wenn das übereinstimmt. Ja, ja, wenn das immer übereinstimmt, aber es hat schon auch Auswirkungen, weil diese Definition ist schon auch wichtig. Und es gibt Leute, die sagen, ja klar ist das eine feine Sache, dass du Kapitelmarken hast, aber für jemanden, der vier Stunden Podcasts macht, ist das eine ganz andere Notwendigkeit, Inhaltsverzeichnisse zu machen, Kapitelmarken zu machen, entsprechende Links bereitzustellen und so wie für jemanden, der einen Laber-Podcast macht, der sagt hier, okay, ich labere auch mal zwei Stunden, aber im Prinzip ist das halt vor sich hin getröselt und das ist shit egal, das interessiert keinen, da irgendwelche Links irgendwo zu finden oder wenn das nicht interessiert, dann spult der vor. Der braucht natürlich diese ganzen Funktionalitäten nicht. Oder wenn du in 10 Minuten oder in 5 Minuten Podcast machst, das sind Kapitelmarken, ich experimentiere ja da auch bei uns. Also sprechendes Denken, das war so ein ganz typisches Ding, jeden Morgen, den er da rausgehaut hat, rausgehauen hat. Da brauche ich keine große Webseite mit irgendwelchen tollen Sachen, weil das auch viel zu viel Arbeit wäre. Ja, Kapitelmarken dann noch reinmachen, das macht keinen Sinn, das ist ein Wahnsinnsaufwand. Also so unterschiedlich sind halt die Leute. Bei uns experimentiere ich ja auch, ich merke manchmal, bin ich wieder zu faul, die zu löschen. Ich habe dann bei einer 30-Minuten-Folge fünf Kapitelmarken, davon bewegen sich vier innerhalb von fünf Minuten und dann hinten nichts mehr, weil es dasselbe Thema war. Ja, also es ist nur bedingt, es ist nicht für alles hilfreich und jedermanns Sache. Ja, genau. Ja, und dann gab es einen, den ich noch hervorheben möchte oder zwei waren es, glaube ich, die sogar hintereinander waren, die ich ganz gut fand. Ich hoffe, dass es da auch Aufnahmen dazu gab. Ich glaube, der eine hat erwähnt, dass er das nicht wollte, eine Aufnahme dazu. Das war so, ich sage jetzt mal so Tipps und Tricks beim Podcasten, also wo jeder in der Runde, also offene Diskussion, der das einberaumt hat, der hat dann mal losgelegt, hat einfach mal gesagt, so sieht es bei mir aus, das sind die Tools, die ich einsetze, das ist meine Erfahrung, die ich mit dem gemacht habe, mit dem gemacht, mit dem gemacht habe. So mache ich das, sagt ihr jetzt mal, was habt ihr denn da so für Erfahrungen? Das fand ich super hilfreich, das wäre was für dich gewesen. Weil da so Dinge hochkamen, wie ich benutze das Tool für die Sachen und das Tool, also nicht jetzt nur zur Produktion, sondern was du auch zur Vorbereitung gut verwenden kannst, zur Nachbereitung gut verwenden kannst und solche Dinge. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, und das war auch, hat er ja, er hat aktiv mitgeschrieben, also sämtliche Links sofort in sein Dokument eingefügt und das sollte alles auf Sende-Gate, glaube ich, veröffentlicht werden. Dann kann man vielleicht auch nochmal einen Link hinsetzen einfach. Ja, genau. Und dann gab es einen zweiten, also das eine war Tipps und Tricks und so und das andere, was war das andere noch, das war genau davor, glaube ich. Also wir hatten diese zwei Musikdinge in der Saal? Ah ja, Musikdinge, diese Musikdinge. Das war dann dieses Thema, wie kann ich denn Musik nutzen, also wie kann Musik Podcasts unterstützen? Das war einmal so eine ganz professionelle Sicht auf die Dinge, wo einer vorgestellt hat, wie ein Podcast für Kinder, so Rätsel für Kinder gemacht hat, wo Musik und Hintergrundgeräusche und so ein ganz elementares Teil, Teil des Podcasts dann letztendlich auch darstellt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und dann gab es einen zweiten Vortrag, da ging es darum, wie kann ich denn selber mal ganz schnell irgendwie so ein Jingle machen oder so ein, wie hat er das genannt, so Zwischenzeichen, um Kapitel voneinander zu trennen und so und so. Also oder halt zum Beispiel jetzt auch, also wenn du eine Eingangsmusik hast, wie wir hier unter Umständen auch, dass man die eben nicht abspielt und dann quasi beginnt mit seinem Gerede, sondern dass man die zum Beispiel leise ausblendet und dann schon in dieses da rein. Passt aber bei unserer Musik nicht ganz, weil die einen Schluss hat. Ja, wir müssen, also das Thema, was wir da auch, also eine Sache, die mir auf jeden Fall definitiv auch direkt so aufgefallen ist, während wir diesen Vortrag da mitgemacht haben oder, oder diesen Workshop war es ja eher, das war das Thema, das hat natürlich auch jetzt eine spezielle Art Podcast beschrieben, ja, so, das ist das eine und das andere ist, was ich schade fand, das würde ich mir für das nächste wünschen, da müsste man halt nur jemanden finden, der das wirklich dann mal macht, Workshop, da hätte ich mir jetzt echt gewünscht, von mir aus auch gerne mal zwei Stunden oder drei Stunden, wo man das mal ganz konkret tut, weil was er dann auch da gemacht hat, war nicht super, weil das mal einfach so einen Eindruck gegeben hat, was geht denn eigentlich, der hat halt mal ein paar Beispiele gebracht, hat einfach mal mit so einem Dreiklang auf dem Klavier, hat dann mal vorgeführt, okay, da machst du ein bisschen Echo rein, da machst du das noch auf und abschwellen und einmal rückwärts spielen und schon hört sich das irgendwie total spacig an und hat sich sehr professionell angehört, muss man dazu sagen, er macht wohl auch Filmmusik, das ist zwar toll, aber das wusste ich vorher auch, dass andere Leute das viel, viel besser können wie ich, weißt du, was mir besser gefallen hätte, wäre jetzt mal ganz konkret, ja, wie gehe ich denn mal, mal einen fiktiven Podcast machen, wo ich jetzt einfach mal so eine Einleitung und so einen Abspann einfach mal produziere, wo jeder mal wirklich an so einem Mischpult, an einem Gerät einfach mal mit dazu was beitragen kann, das hätte mir mal super gut gefallen, das hat mir da ein bisschen gefehlt, aber sonst war es auch ein toller Vortrag. Wobei, da gibt es auch Abhilfe beim nächsten Subtreib machen. Ja, aber das ist ja der Thema. Aber da bräuchte es einen, der es machen kann. Da muss einer sein, der es wirklich kann. Ja, oder aufrufen, ins Ende geht, hallo, wer kann, und dann mit organisieren, ja. Also das hat, war auch, also gerade die waren ja, ich glaube, letztes Mal, nee, vorletzt war auch Samstags, ne, das war, war so gerade hintereinander diese Workshops, die waren, haben echt was gebracht, die haben mir gut gefallen. Ja, die sind einfach typisch für die Subscribe, das war, ich bin ja immer dabei. Ja, und Leute halt alle super locker drauf, gab kein Geschrei, gab kein Geblärre, gab wieder eine gute Rundführung durch den, durch das Hochhaus, also das ist ja ein Hochhaus. Waren die dabei bei der Führung? Ja, wir haben eine mitgemacht, die haben, glaube ich, acht, acht oder neun Führungen angeboten, also konnte wirklich jeder. So, am Anfang hieß es, glaube ich, vier Führungen. Ja, ja, und zum Schluss waren wir aufgestockt. Ich glaube, die haben quasi schon Doppelführungen gemacht, jedes Mal zwei Stück dann. Ja, ja, bei der letzten haben sie dann aufgerufen, es gibt jetzt doch noch eine, kommt bitte alle, die noch nicht waren. Ja, da haben sie von vornherein, also die sollten vier Stück sein und dann hast du schon an der Liste gesehen, die haben das. Ja, war in München auch so. Und die waren sehr, sehr gut und zum Unterschied zu München fand ich hier nochmal bemerkenswert, zumindest bei der Führung, wo wir mit waren, dass da Technik nicht so im Vordergrund stand, ja, also mal alles gesehen, sondern eher so die Arbeit dahinter, also so redaktionelle Arbeit, Workflows, wie läuft was wie ab und so und vor allem ganz am Anfang so ein Stück weit nochmal Einführung, was ist denn eigentlich der Deutschlandfunk? Das war gut. Und was ist denn der Hintergrund, wo kommt das eigentlich her, wie ist das entstanden, warum gibt es den immer noch, obwohl es den eigentlich gar nicht mehr geben müsste, war ja mal wegen der Grenze. Und das fand ich mal sehr, sehr gut. Das kam nicht unbedingt bei jedem so an, aber ich fand es wirklich klasse, weil das mal so ein bisschen, nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so mehr den politischen Hintergrund dann auch nochmal dargestellt hat und warum das dann so entstanden ist und wo die Probleme bei denen liegen. Also ein Ding, was ich vorher mir nie bewusst gemacht habe, ist, Deutschlandfunk ist für ganz Deutschland, aber bei uns sind ja die Rundfunkanstalten alle Ländersache und auch länderbezogen orientiert aufgebaut und die haben zum Beispiel schon immer das Problem gehabt, dass sie keine einheitlichen Funkfrequenzen gekriegt haben. Die haben in vielen Ländern gar keine gehabt. Also Deutschlandfunk hast du über UKW nicht überall empfangen können, ja, was natürlich für so einen Funkbetrieb. Der diesen Auftrag hat eigentlich ein Unding. Eigentlich ein Unding ist, also wo du dann schon gemerkt hast, das ist irgendwie in den 50er Jahren, also man hat sich da Gedanken gemacht, aber so richtig durchgesetzt hat man es dann halt auch nicht. Da wäre es natürlich auch interessant, wie haben die ARD-Anstalten zum Beispiel da drüber gedacht, weil, ich sag mal, wie mir eine informierte Person mal mitgeteilt hat, als sie ganz im Privatsender aufkam, hat zum Beispiel der hessische Rundfunk plötzlich neue Sender gemacht, damit sie sich schnell die ganzen Frequenzen kralen können und die hatten dann glaube ich acht Programme insgesamt, ja, acht Rundfunkprogramme. Nur damit die Frequenzen belegt sind und die nicht so schnell abgegeben werden müssen. Da kann man sich das auch da vorstellen. In München wieder eine Reform, wo dann auch kleine hinten runtergefallen sind, weil finanzstarke Sender sich da irgendwo was schnappen können. und gesagt haben, ihr seid hier Nische, ihr geht ins Internet, dann erreicht ihr die ganze Welt. Wobei das halt nicht mehr auf UKW ist. Ja, auf UKW ist sowieso, ich meine, UKW ist abgewirtschaftet, oder? Ja, aber das fand ich ganz interessant. Darauf ist die Frau überhaupt nicht eingegangen. Ich meine, es waren da ja plötzlich eine ganze Menge Leute eigentlich, wo die meisten noch irgendeinen technischen Hintergrund haben. Und dann wurde eben am Anfang, als wir darüber gesprochen haben und sie den Sinn und so und die Entwicklung des Deutschlandfunkes erklärte, hat dann einer quasi auch so gefragt, was das überhaupt noch mit UKW soll, weil das wird auch abgeschaltet, ja. Darauf ist sie überhaupt nicht eingegangen, ja. Die hat immer wieder, ja, wir haben kein flächendecktes UKW, aber das kriegen wir ja quasi noch. Ich fand das zum Beispiel auch bemerkenswert, da merkst du dann auch schon, klar, die hat so ihren Auftrag und der ist halt, das erzähle ich bei jeder Führung wahrscheinlich. Das Thema war zum Beispiel auch bei den, wir haben die Räume gesehen, wo sie Hörspiele gemacht haben, also Geräusche, ja. Und da kam dann irgendwann so im Prinzip, das sind ziemlich große Räume, nicht ganz so gut ausgestattet wie die, die wir im Bayerischen Rundfunk gesehen haben, aber jetzt kommt der springende Punkt, meiner Meinung nach. Da kam dann die Anmerkung von ihr irgendwann, naja, der Beruf des Geräuschemachers, den gibt's ja auch im Prinzip gar nicht mehr und eigentlich benutzen wir diese Räume auch so gut wie überhaupt nicht. Das kommt ganz selten vor, dass sie überhaupt irgendwie noch benutzt werden, wo ich daraufhin dann so mal angesprochen habe mit ihr, so versucht habe, mal so anzudiskutieren, wenn, aber, weil sie gleichzeitig erzählt hat, aber es gibt schon immer wieder mal die Regie, die sehr wohl auf eigene Klänge besteht, also die sagt, ich will das jetzt aber, ne, und dann geht dann irgendeiner von der Produktion hin und macht das dann halt, wo ich dann so gefragt habe, ja, aber wenn es doch einen Bedarf gibt, das mag ja sein, dass man nicht mehr in jeder Rundfunkanstalt für 24 Stunden einen Geräuschemacher braucht, aber wenn dort ein Bedarf da ist, dann heißt das doch für mich eigentlich nur, das ist Arbeitsverdichtung, da ist ein Arbeitsplatz weggefallen, den man hätte vielleicht noch erhalten können. Und da hat sie auch überhaupt, das war überhaupt kein Thema. Ja, das weiß ich jetzt auch aus dem HR zum Beispiel, die haben früher jede Woche in den Kindersendungen ein Hörspiel präsentiert, was sie produziert haben und das findet einfach nicht mehr statt, das findet nicht mehr statt und irgendwie war aber mein Eindruck in Gesprächen mit verschiedenen Leuten da, dass eigentlich sie unheimlich gerne Hörspiele machen würden und die Hörer das auch gerne hören. Ja, klar. Ich kann mich… Dann stellt sich aber wirklich auch die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Ja, aber so ein Thema ist die Art, wie gemessen wird, was populär ist und was nicht, weil da kannst du ja auch drüber streiten. Ist das noch zeitgemäß? Die messen das noch so wie vor 30 Jahren, das heißt da wird was erfasst, was wahrscheinlich nicht mehr Zielgruppe ist. Müsste man vielleicht anders ermitteln. Das wird mit reinspielen, dass da manche Sachen halt im Umbruch sind. Aber ich denke, ein ganz großes Thema ist schlicht und ergreifend, dass also im Prinzip so, du weißt halt nicht, was der Ast da war, die Henne oder das Ei. Du hast irgendwann festgestellt, dass du das weniger brauchst, weil es auch viel Konserve gibt, also weniger Geräusche, die jetzt mal so gemacht werden müssen. Dann hast du diesen Beruf abgeschafft, dann gibt es den aber auch nicht mehr. Dann kommst du natürlich auch viel weniger in diesen Modus rein. Ach, wir könnten jetzt mal ein Hörspiel machen. Ach, da hole ich mir jetzt den Kall noch dabei, der Geräuschemacher. Ich sag mal ein Beispiel, das kennt ihr vielleicht sogar. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine richtige Hörspielserie, die mehr oder weniger so aus dem Nichts heraus entstanden ist. Ich glaube wegen irgendeiner Geburtstag Karl May. Und zwar dieses Karl May Hörspielding, was sie, ich glaube sogar im Bayerischen Rundfunk gemacht haben mit Hella von Sinn, mit Jürgen von der Lippe. Da gibt es sogar ein Feature im Fernsehen. Das haben sie mit Kameras mit aufgezeichnet. WDR macht heute noch sehr viel Hörspieler. Oder war WDR auf jeden Fall, war richtig eine richtige Serie im Prinzip, wurde dann auch im Fernsehen gezeigt, so praktisch Hörspiel mit Bild. Und ich habe mir dann irgendwann auch mal das Hörspiel bei irgendeinem Hörspiel, Hörbuch Dings dann mal besorgt. Weil das war richtig schön. Also das waren so ein bisschen Alternative. Also es waren nicht 100 Prozent die Karl May folgen, sondern es war schon so eine eigene Erzählung. Die haben dann ein bisschen improvisiert. Du lachst dich halt wirklich. Und was du da gemerkt hast, das hatte unwahrscheinlich viele Leute angezogen, die dann da reingegangen sind. Also die gesagt haben, hier, Mann, dass sowas noch gemacht wird und wie toll das eigentlich ist und so. Wurde dann schon gemerkt, das Hörspiel ist eigentlich nicht so das Ding. Aber wenn es dann mal da ist, gerade jetzt in Kombination mit diesem Standbild mehr oder weniger. Ja, sie haben einfach hinter das Studio reingefilmt. Das war zum Wegschmeißen. Genau. Vor allem nach Karl May. Ja, Uff erst mal. Genau. So hieß das Ding. Genau. Ja, also meine Kinder haben ja auch mal was Spiele gemacht. Es gibt jetzt ein Sonderangebot momentan. Es ist hörenswert. Also ich habe das im Auto liegen gehabt. Hörbuch 6,95. Ich habe das im Urlaub. Also meines Wissens nach ist es auch ein ganz großer Punkt einfach Einsparung. Das ist halt einfach etwas, was man relativ leicht streichen kann, weil wenn du dann, ich sage mal, 20 Punkte hast, Sportübertragung, Klassikübertragung, Popmusik, ja, das will keiner anfassen. Aber bei Kindern halt, ich sage mal, Hörspiele ist relativ schnell gestrichen, weil das normale Programm gibt es ja weiterhin. Die Hörspiele waren ja oft nur so Mini-Hörspiele, die dann in die eine Stunde Sendung einfach so 20 Minuten eingeflochten wurden oder so, ja. Das ist eigentlich schade, weil ich finde es unheimlich toll. Ich finde Hörspiele eigentlich schöner wie ein Hörbuch, ja, muss ich definitiv sagen. Ja klar, finde ich auch, ja. Viel mehr Atmosphäre. Ja, und deswegen denke ich mal, hatten auch die Lesungen vom Rufus Beck von Harry Potter wesentlich mehr Erfolge wie die anderen Lesungen, weil er das ja mit den unterschiedlichen Stimmungen schon, das war ja schon fast ein halbes Hörspiel im Prinzip, ja, zumindest von den Stimmen her. Oder auch Herr der Ringe habe ich so kennengelernt als Jugendlicher über Hörspiel, also nicht über eine Lesung, sondern als Hörspiel. Das ist ja, gibt es Ende der 70er oder in den 80ern produziert, das gab es ja lange Zeit als einziges, schon lang vor dem Film. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter abdriften, sollten wir vielleicht einfach die Subscribe nochmal abschließen. Ja, lieber Admin, hast du noch irgendeine Frage an Oma Ruth und an mich? An Oma Ruth, ich komme. Habt ihr Wackelpudding? Was haben wir? Gab es denn, wann ist der nächste Subscribe? Wir waren an der Abschlussveranstaltung nicht mehr da, weil die Oma Ruth, der war ein bisschen schlecht und deswegen habe ich sie. Vom Wackelpudding? Nee, ich weiß nicht. Von den Lymphen? Ja, kann gut sein. Das Essen könnte damit zu tun gehabt haben. Aber noch eine Frage, ja, eine Frage noch so, falls es wieder dort ist, ich schläge dich aus, ne? Also feststeht, dort wird wieder eine sein. Das wird definitiv dort wieder eine sein. Wie ist das mit den Hotels? Weil ich habe mitgekriegt, die waren sehr weit weg oder es gab so ziemlich Naht in Laufweite. Also das fand ich jetzt ziemlich scheiße, das muss ich echt sagen, das finde ich ziemlich scheiße, als ich nach einem Hotel gesucht habe und festgestellt habe, egal auf welcher Plattform man ist, um den Deutschlandfunk herum, ist erstmal Wüste, ist nichts, ja. Das fand ich jetzt eindeutig in München besser, wo das in der Nähe, ja, wo es eigentlich in der Innenstadt war, am Bahnhof, wo jede Menge Hotels waren, in verschiedenen Preisklassen. Da muss es auch sehr in der Nähe Zeug gegeben haben, weil die Jungs und Mädels, die wir morgens ja entdeckt haben. Ja, die haben privat übernachtet vielleicht. Nee, da müssen wir fragen, wie weit die denn gelaufen sind, die können ja auch eine halbe Stunde gelaufen sein. Mit der kurzen Hose, bei dem Wetter läufst du nicht länger wie eine halbe Stunde. Also der schon. Meinst du? Ja. Okay. Kam aus Bonn. Nicht ganz. Ja, aber. Ja, aber. Müssten wir mal fragen. Ich sag mal so, das Problem hast du im Prinzip immer irgendwie, ja, mehr oder weniger, ich fand es jetzt nicht so schlimm, also man kriegt das irgendwie hin und rein theoretisch hätten wir da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. Klar, hätte man auch machen können. Man muss einfach sagen, was ich dazu noch finde, ich hatte mir ja vorhin das Wort Community aufgeschrieben. Genau, da wollten wir ja nochmal einen Abschluss machen. Ich muss ehrlich sagen, eine Veranstaltung in der Art ein bisschen professioneller. Also da frage ich mich, ob es wirklich immer sinnvoll ist, das in der Community zu lassen. Da bin ich nicht immer so der Fan davon. Ich meine, das mag bei anderen Veranstaltungen gehen, wie jetzt CCC in Halle, Leipzig. Der, glaube ich, wird auch vorwiegen. In der Halle, genau. Nein, bei Halle, Leipzig. Das Messegelände Halle, Leipzig oder Leipzig-Halle, keine Ahnung. Leipziger Messe steht da außen drauf, ganz groß. Messe Leipzig. Das ist auch mit einem Schrägstrich Slash geschrieben teilweise. Ja. Nein, also einfach, ich sag mal, in dem Moment, so wie es jetzt war, würde ich es mir wünschen, dass es ein bisschen mehr professionalisiert ist. Dafür zahle ich auch gerne 20 Euro mehr. Punkt aus. Das ist so eine Sache einfach, ja. Ansonsten natürlich, die Location war toll, das Essen lässt sich verbessern, ist Luft nach oben. Ich würde auf jeden Fall wieder hinfahren, kein Thema. Aber um es mal ein bisschen konkreter zu machen, weil das muss man ja drüber, was genau heißt für dich professionalisieren? Dass solche Sachen wie das Essen zum Beispiel nicht passieren. Also das organisatorische Drumherum. Ja, das ist organisatorisch. Nein, nein. Deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen, weil inhaltlich war das professionell ohne Ende. Ich meinte das jetzt die Organisation der Veranstaltung, ja. Zum Beispiel jetzt einfach manche Workshops, ja genau, das hat komplett gewechselt, die haben das jetzt alle zum ersten Mal gemacht. Also zum Beispiel sind Workshops teilweise bis 13 oder sagen wir mal bis 15 Uhr gegangen und der nächste hat um 15 Uhr angefangen. Ja, du brauchst Pufferzeiten. Aber du wolltest vielleicht zu einem anderen Workshop, ja, und der hat schon fünf Minuten früher angefangen. Also die Zeiten waren auch nicht alle synchronisiert und so. Wo man sich echt fragen soll, okay, dann machen wir das Programm doch einfach länger bis abends wegen mir, ja. Oder eben im Saal D zum Beispiel war sehr oft auch nichts, dass man sagt dann, okay, wir fahren wirklich vierzügig, ja, vier Veranstaltungen parallel und dafür einfach dazwischen vernünftig Pause. Nicht nur, dass man wechseln kann, sondern ist ja auch oft so, dass du einfach noch schnell mit deinem Nachbar über irgendwas diskutieren willst zum Beispiel, was während des Workshops nicht ging und so. Also da fände ich jetzt von meiner Warte aus einfach toll, wenn man sagt, Workshop eine Dreiviertelstunde und eine Viertelstunde Pause, Punkt aus. Also da fände ich ein guter Ansatz für Community wäre, nicht 20 Euro mehr verlangen, sondern im Sendergate einloggen und mitmachen und mitorganisieren und helfen, die Professionalität zu stärken. Ich bin doch auch kein Profi, das ist doch genau das Problem. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Thema mit diesen Slots mit angehst, dann klappt es ja bei der nächsten Planung besser, wenn du da mitmachst. Ja, aber es ist halt ein Thema und wenn man das sozusagen auf breitere Füße stellt, dann ist man insgesamt professioneller. Also das Thema hier, lieber Ruth. Nein, Ruth bist du. Admin. Ruth bin ich. Ja, er ist Admin. Die Oma, genau. Oma Ruth und er ist Admin. Nein, also lieber Admin, das Thema ist, ich bin bei dir immer wieder darauf hinzuweisen, das wird ja da auch gemacht, das funktioniert einigermaßen, auch selbst vor Ort mitmachen, weil es lebt davon, dass Leute das tun und das ist alles ehrenamtlich, bin ich bei dir, aber nur mit Leuten draufschmeißen, kriegst du das nicht geregelt. Also das Thema ist, wenn zehn Leute sich darüber unterhalten müssen, wie du zum Beispiel Veranstaltungen organisierst, also jetzt die Inhalte organisierst und mit zehn kriegst du das vielleicht noch hin, mit 20 wird das eine heillose Diskussion, die nie fertig wird. Wenn du dir anguckst, wie der CCC das zum Beispiel macht, das ist eine relativ kleine Truppe, die sich dann langfristig überlegt, welche Slots gehen wie und wo und so. Das Thema, was du hier hast, man muss einfach aus diesen Erfahrungen lernen und ich denke, was dir definitiv zur Entschuldigung dient, ist, das war jetzt das erste Mal beim Deutschlandfunk, da war eine ganze Menge an Drumherum-Organisationen, das kann man besser machen, das weiß, denke ich mal, aber mittlerweile da auch jeder, das haben sie schon alle mitgekriegt. Und das andere Thema, und das, denke ich mal, ist auch schon da diskutiert worden bei den Leuten, die es gemacht haben, ja, die haben keine Puffer zwischen den einzelnen Slots gehabt und das ist auch immer ein Stück weit abhängig von der, wie die Lokation aussieht. Ja, also brauchst du jetzt fünf Minuten, um irgendwo hinzukommen, hast du Themen, die eher mal überzogen werden, also wenn ein Workshop ist, wo Diskussionen stattfinden, dann musst du einfach damit rechnen, dass eine Viertelstunde überzogen wird, weil du nicht fertig wirst. Ja, und da kannst du einen wichtigen anderen Termin nicht irgendwie auf 15 Uhr setzen und dann erwarten, dass da wirklich alle Leute kommen. So, das, denke ich mal, muss man dann ausprobieren. Aber ich würde es nicht so einfach abtun mit, ja, dann mach halt mit, ja, klar, das kann helfen, aber das ist natürlich nicht die Lösung für alle. Ja, ich meine, mach halt mit, ist zumindest im Sendergate mitdiskutieren. Ja, also, ich bin bei dir, passiert das. Im Sendergate an der Diskussion beteiligen und die Ideen einkippen, das meint ihr. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ich sag mal jetzt, es ist jetzt eine ganz kleine, leichte Sache. Da standen am Eingang, war ein Tisch mit zwei, drei Leuten, die die Bändchen festgemacht haben, die auch an jedem Tag morgens da saßen, so ein bisschen für Fragen auch da waren. Ich weiß nicht, für was noch. Diese Tische waren teilweise nicht besetzt. Oder da war dann einer da, als wir gegangen sind. Manche waren vier Stunden dort, wurde einer angesprochen, ob er ihn mal kurz ablösen könnte, er müsste mal auf Toilette gehen. Und da muss ich echt sagen, wenn sich keiner findet, ich finde, ist auch okay, wenn man da hingeht und sagt, ich bezahle 100 Euro, ja. Da ist ein Deutschlandfunk, der anscheinend die Räume zur Verfügung stellt, ja. Scheiße, dann stell ein Student hin, der dafür 15 Euro die Stunde so ein Scheiße macht, ja. Warum nicht? Um nur, naja, sagen wir mal, oder den vom Sicherheitsdienst. Eben, ich wollte gerade sagen, wenn es nur um die Kontrolle ging, bist du da berechtigter Teilnehmer, hast du so ein Bändchen, da hättest du dem Diskotürsteher da auch sagen können, du guckst bitte, dass da ein rotes Bändchen dran ist und dann ist okay. Das verstehe ich zum Beispiel auch so ein bisschen unter Professionalisierung, ja. Dass so Sachen einfach, wo man vielleicht keine Freiwilligen findet, dass man dann einfach sagt, okay, es gibt Studenten, die sind froh, wenn sie einen Job haben. Mal schnell, Sonntagmorgens. Gut, aber da warten wir mal ab, wie jetzt nächstes Jahr wird. Definitiv hat Tim zumindest so schon angekündigt, dass das wohl wieder geplant ist. Diese Termine sind auch langfristig. Halbjährlich oder wieder jährlich? Er würde gerne kürzer, so wie ich es verstanden habe, aber der nächste beim Deutschlandfunk ist wohl nächstes Jahr dann, also jährlich. Aber muss man dann jetzt mal probieren. Aber das ist natürlich ein Thema der Orga, wenn du kein Orga-Team hast, dass das hinkriegt, weil vor der Subscribe ist, nach der Subscribe oder umgekehrt? Eine andere Sache, nur um es da auch nochmal abzuschließen, vielleicht jetzt zu Subscribe, was wir ja da auch… Ich habe noch ein paar Fragen. Du hast noch ein paar Fragen, du bist immer noch nicht fertig, ja. Langsam ist mal gut. Nee, aber was man nochmal loswerden kann, ist ja dann auch immer so die Frage zwischen diesem ganz professionellen Anspruch, also jetzt wirklich da inhaltlich dann auch hoch trabende Dinge zu diskutieren, weiß ich nicht was, und dann wirklich so diese gemütliche Geschichte, sich mit Leuten gleichgesinnten drüber zu unterhalten, was man mal inhaltlich in so einem Podcast machen kann, oder wie macht denn ihr das, oder was so. Das kann ja auch in einem kleineren Umfeld ganz gut funktionieren. Und da haben wir einen guten Tipp gekriegt, da werde ich zumindest versuchen hinzukommen, nämlich auf den Podstock. Podstock Festival, ja. Also nicht Woodstock, sondern Podstock. Podstock. Einfach mal googeln, rauskriegen, es soll super sein. Ja, das konnten wir ja zeitlich nicht, da haben wir uns drüber unterhalten, ob wir hinschauen. Und diesmal werde ich versuchen, da hinzukommen, wenigstens mal einen Tag dann. Da gab es die Sache mit dem Pizzateig, mit dem Roddy. Unter anderem, und mit Whisky-Tasting und allem möglichen Kram. Wir haben da viel uns drüber unterhalten, mit dem einen oder anderen, also da werden wir versuchen, reinzukommen. Und da nochmal eben meine zwei Fragen genau in die Richtung. Die erste Frage, habt ihr was aufgenommen dort? Nein. Gab es die Möglichkeit? Ja. Und warum habt ihr nichts aufgenommen? Weil wir keinen Slot gekriegt haben. Und weil wir was Besseres zu tun hatten. Und weil wir viel, viel uns… Was war das Bessere? Nein. Nein, also ja. Essen organisieren. Nee. Also es gab zwei Situationen, wo ich mich wirklich persönlich geärgert habe, dass wir nicht einfach das Ding auf den Tisch gelegt haben. Das war genau die Situation, wie wir morgens beim Essen am Lästern waren und eigentlich den Zuspruch gekriegt haben. Weil das hättest du auch nicht mehr stellen können. Also im Sinne von, jetzt unterhalten wir uns mal drüber. Weil das war so geil spontan. Das wäre super gewesen. Und es gab noch eine andere Situation, wo wir auch super am Labern waren mit einem anderen Podcaster, wo wir gesagt haben, eigentlich hätten wir die zwei Stunden, die wir jetzt gelabert haben, die hätten wir gerade so nehmen können. Da hätten wir gerade einen Podcast draus machen können. Da hätten wir nichts schneiden müssen. Weil wir so über diese, was sind denn eigentlich so eure Erfahrungen? Was sind denn so unsere Erfahrungen? Und dann sind wir so ins allem möglichen Teilthemen abgetrifftet. Und eigentlich hätten wir das direkt aufnehmen können. Und ohne, dass wir dazwischen irgendwie gestockt hätten. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie, ach, jetzt habe ich kein Thema mehr. Wir waren da durchgängig eigentlich im Fluss. Hat mich ein bisschen geärgert. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das andere Ding war, es gab wieder diesen Profitisch. Ja. Mit Technik und so. Der war natürlich relativ schnell belegt. Beim letzten Mal waren ja da viele Slots frei. Da lag auch daran, der war im dritten Stock, ewig weg. Und nicht im Mittelpunkt und dann passiert das. Da war es jetzt so und die hatten zwei eigentlich. Der eine war, wie das letzte Mal auch, so dieses Rund, wo du dich hinstellen konntest. Das Thema ist halt da, da waren sicher auch noch ein paar Slots frei. Aber du musst dann ja auch dann jemanden da haben, der dann mal so ein bisschen die Aufnahme machen kann und so. Weil ich fummel da nicht an dem Gerät rum. H6. Ja, nee, nee, das war schon noch mehr, waren Mischpulten alles dabei. Aber es gab auch noch parallel in dem einen Raum, wo Workshops stattfinden sollten, der so offengelassen wurde. Also im Sinne von, da kann jeder ganz kurzfristig mal einen Workshop machen. Da gab es auch öfters Aufnahmen, hast du gesehen, dass da Leute aufgenommen haben. Dann zweite Frage, gab es so Abendveranstaltungen mit Spielen und dann Nachtschwärmer oder seid ihr da zu alt? Da waren wir zu alt für? Nee, es gab es auch. Es gab auch wieder Absprachen von irgendwelchen Teilnehmern, die da irgendwas gemacht haben. Aber anders wie in München, war mein persönlicher Eindruck, dadurch, dass das eben nicht im Zentrum ist, wo du einfach rausgehst und sagst, ich gehe jetzt eine Straße weiter, bin ich in der Kneipe. Ach nee, die ist nix. Dann gehe ich in der Straße weiter, bin ich in der nächsten Kneipe. Das war da halt irgendwie nicht so. Also ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass man das hätte so easy peasy machen können. Hast du einen Strunk? Nee, ich habe keinen gekriegt. Wir sind allerdings auch Samstagabend relativ früh verfrunden. Wie viele Kilometer hattet ihr jetzt im Hotel? Ich glaube drei oder so. 1,5 hat das Navi immer gesagt. Wir haben uns so öfters verfahren, ja. Bis dann musst du nicht so ganz scharf abbiegen und irgendwie, ach nee, ach das war die Straße, die gemeint hat. Köln ist, mag ich auch nicht, Autofahren und Köln ist nicht schön. So vom Weg, so Wänden oder so. Das Hotel dagegen fand ich relativ schön, das merke ich mir auf jeden Fall. Direkt am Rhein, mit Blick auf den Rhein. Also gerade im Sommer kann ich mir das da auch nochmal abends sehr schön vorstellen. Ich bin öfter in Köln und habe da immer das Problem, gute Hotels zu finden, die nicht ausgebucht sind zu den Zeiten, die ich dort bin. Wobei das Hotel an sich, also so das Drumherum war schon auch, das ist ein Restaurant mit Hotel hinten, so Rezeption haben wir ja erstmal gesucht. Ja, ich meine, es ist halt interessant, es wäre einfach interessant im normalen Hotelbetrieb jetzt, ja. Weil wir sind da aufgetaucht und dann haben wir eigentlich mit dem Hotel nichts mehr zu tun gehabt, bis auf den Schlüssel abgeben. Aber die Zimmer waren gut, die Lage war klasse. Und das nächste Mal würde ich mit Frühstück nehmen. Ja, genau. Und habt ihr was vergessen zu erzählen? Sicher halt. Sicher, aber wir haben es ja vergessen und von daher auf zum nächsten Subscribe. Okay, tschüss. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.